Wir waren fast alle Söldner. Trau nie einem Söldner. Wie gesagt, unsere Entscheidung. Darüber machen wir uns Gedanken, wenn wir sie haben. Um euch kümmere ich mich gleich, Jungs. Aber irgendwo klappert doch hier noch ein Gebiss. Kann auch unterhalb von mir sein. So. Acht Gegner, dass wir dein Kind erspielen. Hallo! Alles Gute, komm von oben, ne? Uh, guck mal, was I dance of. Nichts werfen. Ah, da kommen ein paar mit Waffen. Um dich kümmere ich mich nicht. Ah, hier waren die Zähne. Haha. Ich muss nur aufpassen, dass ich den grünen Heini am Leben lasse. Ich meine, wenn nicht, ist er nicht so schlimm. Aber es wäre ein ganz Vorteil. Und den verhören wir doch mal. Ich merke es, wenn du möchtest. Wehr dich nicht, bitte! Tu mir nichts, ich sag alles! Gute Nacht. Jo, gute Nacht. So. Zeit, Urlaub zu machen, wo es uns hingehen an einem giftigen Ort stand. Noch da, kurz bevor es wieder ausgeblendet wurde. Hättest du das da mal geworfen, hätte ich ein sprengbares Objekt kontern können. Egal, wer wäre noch genug Möglichkeit dazu haben. Warte mal, kann ich hier noch was machen? Nee. Okay, wir hacken hier uns rein. Das müsste... Kutsche, ne? Ja. Das müsste so ziemlich die andere Seite der U-Bahn sein. Wenn ich mir mal die Schiene angucke. Ne, Ausrüstungsverpassung verfügbar. Was könnte ich mir denn beim nächsten Mal Gutes leisten? Seilwerfer, Drahtseil. Ah ja! Genau. Da darf ich auf dem Seilwerfer laufen. Davon hatte ich ja gesprochen. Okay! Stealth? 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 Kein Stealth? Kein Stealth? Niemand will mit mir kloppen? Kein Stealth. Oh, kein Stealth. Kein Stealth! Aber dafür kann ich jetzt was anderes machen. Die alle da rumliegen. Ich kann mich jetzt einmal um diesen Abschnitt da kümmern. Da brauchte ich nur den Seilwerfer, um reinzukommen. Hallo! Meins! Noch irgendwas, was ich hier... nicht machen... konnte... konnte... nee, ich glaube nicht. Oder wenn, dann machen wir es später. Jetzt gehen wir erst einmal... nee. Jetzt gehen wir erst einmal... weiter... Richtung... ...ahha! Sechs Joker-Zähne zerstört. Warte mal, der hat mir doch ein paar Geheimnisse verraten. Oder ist hier was, wo ich jetzt gerade bin? Nee. Wir gehen jetzt weiter Richtung... Ach, wieso habe ich die übersehen und nicht eingesammelt? Ich weiß es selber nicht. War da oben auch was, ey? Ah ja. Ich seh schon, ich seh schon, ich seh schon... Wo war hier Electricity? In der Gegend. Das finden wir noch heraus. Muss ich erst mal gucken, wie ich... hier weiterkomme? Ich habe gerade irgendein... Jetzt habe ich mal ausnahmsweise auch mal keinen Plan. Wie es... wo es hier weiter ging. Ach, da war die Tür. Ah, ich laufe einfach dran vorbei. Auch gut. So! Haben wir hier was Feindes drin? Ach, ich muss drunter durchrutschen. Ich verstehe. Toll, wie du hängen bleibst, Bats. Na ja, versuch. Wuhu! Hallo! Eine Truppe. Geht doch. Und wir haben fast... ...ne nächste Stufe erreicht. Gibt's hier was? Ne. Aber hier unten gäbe es was. Hier gibt's sogar mehrere Sachen. Auch das kann ich noch nicht hacken. Weil es bei mir noch nicht weit genug ausgebaut ist. Ich höre schon wieder Joker-Szene. Die kümmere ich mich gleich. Ah, hier... Ich erinnere mich nur böse. Hier gab's eine der nervigsten. Na? Achso, dann darf ich das noch gar nicht so aufgleichen. Okay. Hier gab's eine der nervigsten... ...Riddler-Trophäen. Überhaupt, ey. Wo klappert's? Wo klappert's? Achso. Sagt das doch einer. Müsste ich nicht hier ein paar IP dazu bekommen? Komm, ich will Stufenaufstieg haben. Ruft sich und... Bitch, please. Okay, ich mache aber... Ich kaufe das Seidwerfer-Drahtseil. Das hat seinen Grund. Jetzt kann ich auf dem Drahtseil nämlich laufen. Und jetzt... ...versuchen wir... ...zu der Stelle nochmal hinzukommen. Hopp. Nein! Oh, Betz! Okay, ich ziele einfach da drauf. Und laufe da drauf weiter. So. Damit ich das hier hacken kann. What the fuck, man? Was? Haha, okay, ich muss die... Das heißt, ich brauche also doch auch noch die Verbesserung... ...dafür. Dann kommen wir später zurück. Hopp! Ich darf das tatsächlich nicht... ...benutzen. Und das würde auch nicht gehen. Okay, okay, ich hab's ja kapiert. Dann hätte ich mir das auch schenken können... ...und hätte einfach... ...ja? Was ist ein Glitch? Dann hätte ich auch das andere kaufen können. Da oben was? Ne. Okay, jetzt mal genug rumgeblödelt. Weiter geht es. Durch die nächste Tür. Eingestützte Straßen. Oh, 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 oh. Ja, es geht ab. Betz? ...ist was passiert. Sämtliche Werte deines Anzugs waren im roten Bereich. Gib mir eine Sekunde. Ich... ...werde es schon schaffen. Nein, wirst du nicht. Ereilung. Dir läuft die Zeit davon. Ja. Schaut mal, Betz ist jetzt so kaputt. Alles ist schräg. Welcher besoffener Architekt war denn das? So, das ist, glaube ich, der Teddybär von Bane. Ich glaube, das ist auch ein Rätsel. Ne? Was ist hier unten? Was gibt es hier unten an Rätseln? Warte. U-Bahn. Oh, es gibt nur noch ein Rätsel. Was haben wir denn da? Zeit, Urlaub zu machen. Wohin soll es gehen? An einen giftigen Ort. An einen giftigen Ort. Okay. Boah. Ich bin besoffen. Was ist denn diesen Dingern? Waffen, Brennstoff, Thermalsensoren, was eine Armee so braucht, um Pinguin fertig zu machen. Wie kommen wir an so ein Zeug? Ich dachte, das hier ist ein Gefängnis. Du stellst zu viele Fragen, Kleiner. Sicher, dass du auf der richtigen Seite bist? Was soll das heißen? Ich gehöre zu Joker, das weißt du. Bin seit Jahren bei ihm. Ich will auf Fragen zu stellen. Du weißt, dass Jay Fragen hast. Okay, sorry. Ich fand's nur so seltsam. Moment, das, äh, das krieg ich auch hin, diese Fragezeichen. Da muss man... Du warst wohl nie in der Schule, was? Warte, Pappeln, was ist passiert? Warst du etwa zu beschäftigt, damit ins Bett zu machen? Hättest du was gelernt, wusstest du, dass das, was wir Gothen nennen, auf der alten Stadt errichtet wurde. Welche alte Stadt? Aus Gothen. Es gab ja mal ein Volksfest vor 100 Jahren oder mehr. Warte mal, wo? Es gab ja mal ein Volksfest vor 100 Jahren oder mehr. Es hat keine davon wurden zerstört. Und auf ihnen entstand die neue Stadt. Man lernt jeden Tag was dazu, nicht wahr? Hier war irgendwo was, was ich noch kaputt machen kann, hat er, um durch weiterzukommen. Ja, hier gibt's, hier gibt's ein paar richtig nervige Trophäen. Eine davon ist die da. Was ist damit passiert? Hörst du nicht zu? Ich hab doch gesagt, dass es ein Unfall gab. Aber die babbeln mir zu viel. Ich kümmere mich jetzt um die. Angeblich sind alle gestorben. Das ist deine Erklärung dafür? Irgendein Unfall? Hab ich so gehört. Ja, Betz wird also... Dem geht's immer schlechter, wie man sehen kann. Ich kann nichts glauben, dass ich das tue. Weiß einer von euch, wie Johnny Kray starb? Hab gehört, er wurde komplett aufgeschlitzt. Oh, das ist leicht. Was war's? Rock? Nee, nein, ja. Was? Bist du taub? Hier gibt es alles. Sei froh, dass wir in diese Richtung gehen, wenn du verstehst. Äh, das kann ich glaube ich auch noch nicht öffnen. Nee. Okay, ja, also Betz. Dem geht's immer schlechter, wie man sehen kann. Ich will mich noch um diese Fragezeichen da kümmern, aber erstmal um die Heinis da. Hi. Sagen wir mal hallo. Ha 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 ha. Los geht es. Oh, der hatte sogar eine Waffe. Die haben dann zwei eine Waffe. Das werden wir aber zu verhindern wissen. Du sollst doch nicht mit Waffen spielen. Au. Ich dachte, ich wäre schneller. Für den Niederschlag. Na, also geht doch. Weg mit dir. Du sollst nicht mit Waffen spielen. Guck. Auseinander, auseinander und weg damit. Das ist so toll, dass Waffen zerschrotten. Dann nehmen die die auch nicht mehr in die Hand, weil, ja, sie sind kaputt. Oracle, wie es aussieht, schickt der Joker seine Jungs hier runter, um Waffen von den Tiger-Wachen zu stehlen. Das ist schlecht. Diese Leute haben das Beste, was das Militär zu bieten hat. Wenn Joker das Zeug in die Finger kriegt, du weißt schon. Wird er nicht. Ich lasse es nicht zu. Okay. Wir machen hier sofort auch weiter mit dem Story-Voranschreiten. Allerdings. Ach, das darf ich auch nicht. Wie kam ich denn da rein? Ach, von weiter oben. Ich erinnere mich. Ich muss nur gucken, wie das nochmal ging am besten. Ja, wie gesagt, hier gibt es ein paar richtig nervige Stellen. Ey, ich wollte eigentlich, dass du da oben drauf weiterläufst, Bats. Aber ich glaube, ich glaube, die sind schwieriger zu machen, wenn Bats so krank ist. Aber wir können ja mal gerne was probieren. Und dann dann die da. Die fand ich immer sehr nervig. Da muss man nämlich so eine Höhe haben, dass man das genau trifft. So, warte mal. Damit sich Bats da hochschwingt und das Ding kaputt macht. Komm schon, ich muss irgendwo hinziehen. Ach, Mist. Okay, das ist auf. Jetzt muss ich nur irgendeinen Weg wieder dahin zurückfinden. Und hol sie dir. Hol sie dir, hab ich gesagt. So, wie kam ich nochmal an die hin? Das müsste auch eigentlich von so einer Position ausgegangen sein, oder? Ich muss da rein mit dem Line-Luncher, ohne den Boden zu verbinden. Ach, Mist. Ah, ich glaube, ich weiß wieder, wie es war. Hehehe. Das hier machen wir kaputt. Ey, du sollst es umsprengen. Und jetzt kann ich es, glaube ich, von der anderen Seite, na? Von der anderen Seite dieses Fragezeichen herauszerren. An das eine da oben kommen wir jetzt noch nicht ran, weil da müssen wir erst dafür sorgen, dass diese Ventile da aufhören. Das geht halt noch nicht, weil, wie gesagt, mir fehlt ein Gadget. So. Das müsste es rein theoretisch von dir ausgehen. Dankeschön. Weil das Ding schließt sich nämlich immer automatisch. So, wie wir den Boden in diesem Raum berühren. So, und jetzt kann ich auch schon weitergehen. Hui. Oh Gott, ey, guckt euch das mal an. Das wird immer schräger hier. Und genau dadurch sorge ich dann dafür. Genau damit kann ich dafür sorgen, dass ich die Riddler-Herauswollung schaffe. BAM! Ich bin mir sicher, dass es von da kam. Ich hab die... Was? Hehehe. Komm, geh hin. Gib mir Deckung. Ich repariere das Störgerät. Der falsche, der da hingeht. Was zum Teufel ist das? Warum macht es dieses Korollsch? Es kam von hier drüben, ganz sicher. Such dir mich. Ein Störgerät. Ich bin mir sicher, dass es von da kam. Tja. Trotzdem sehen sie mich nicht. Nee. Ich hab keine Angst, hörst du? Ich hab keine Angst vor dir! So. Wie verarschen wir euch jetzt? Gib mir Deckung. Ich repariere das Störgerät. Bum. Den hat's gelegt. Ich wollte den grünen nicht beseitigen. Jetzt machen wir was lustiges. Ah, der hat sein Störgerät wieder aktiviert. Ich hoffe, dass ihr mich nicht enttäuscht. Aber beim Dach bin ich nicht nachher. Dann stelle ich, was alle vor uns da vor ich aufhören. Hm? Ich glaub, einer hat mich bemerkt. Egal, ich hab immerhin ne Riddler-Trophäe. Und hau ab. Das ist gar nicht gut. Wo ist der Typ? Der mit dem Störgerät. Also da was, so was kommt jetzt häufiger auch vor, dass mal einer irgendein Gerät im Raum hat. Ach komm, irgendjemand muss doch wissen, wo er ist. Da wissen wir... What the fuck? Er hat mich gesehen. Ich muss dieses scheiß Störgerät loswerden. Er hat ihn auch benutzt, um abzuhauen. Okay, okay, okay. Wir chillen mal. Wo ist der Kerl? Der ist sogar hier unten. Hm. Ich brauche erstmal einen besseren Raum, um abzuhauen nach oben. Okay, ich zieh mich mal da. Tja, aber wer weiß. Vielleicht hat er ja vor, irgendwann damit anzufangen. Dich schläf ich ab und dich attackier ich so. Er kam von hier drüben. Gute Nacht. Und tschüss. Verstecken Sie sich. Los. Um hier. Ich aufh, ich aufh. Ich aufh. What? What? Der sieht mich noch. Scheiße. Scheiße. Ich hab gedacht, der hat mich nicht mehr gesehen. Oh, Bats. Ich hätte gedacht, dass du länger durchhältst. dass du länger durchhältst.